Heute werden wir die Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 und Absatz 2 besprechen. Und ich lese Artikel 5 Absatz 1 erst einmal vor. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bildfreiheit zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung und durch Rundfunk und Filme werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Absatz 2 Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Das ist ganz, ganz kurz dazu. Und zur Wichtigkeit der Meinungsfreiheit brauche ich nicht viel zu sagen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Grundrecht. Das muss für die Klausur perfekt sitzen. So, kommen wir zum Schutzbereich. Zunächst einmal zum persönlichen Schutzbereich. Das heißt, wer wird geschützt? Wer ist geschützt? Das sind grundsätzlich, ja, wir haben hier wieder das Wort jeder. Jeder, das heißt also, das ist ein Signal für uns, hier oben jeder, dass alle natürlichen Personen geschützt sind. Bei der Meinungsfreiheit oder generell bei Presse, Meinungs- und Informationsfreiheit sind das auch juristische Personen. Also, Achtung, nicht solche des öffentlichen Rechts, außer Ausnahmen, ja, Rundfunkanstalten wie ARD und ZDF, die gelten als juristische Personen des öffentlichen Rechts, welche in den persönlichen Schutzbereich des Artikel 5 fallen. Ihr wisst Bescheid, das haben wir bereits besprochen, generell können juristische Personen des öffentlichen Rechts keine Grundrechtsträger sein. Das können solche des Zivilrechts sein. Hier aber eine Ausnahme bezüglich der Rundfunkanstalten, ARD, ZDF und der Dritten natürlich auch. So, dann kommen wir zum sachlichen Schutzbereich. Das heißt, hier stellen wir uns die Frage, was wird uns von Artikel 5 geschützt? Welches Verhalten wird geschützt? Und hier müssen wir differenzieren zwischen Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Informationsfreiheit. Denn da gibt es eben verschiedene Dinge, die dort geschützt werden in den jeweiligen Grundrechten. Kommen wir zunächst einmal zur Meinungsfreiheit. Dazu müssen wir erstmal definieren, was eine Meinung ist. Meinungen sind Werturteile, welche durch ihre Subjektivität keinem Beweis zugänglich sind. Das heißt, Meinungen kann man nicht beweisen. Also eine Meinung ist, wenn ich sie nicht beweisen kann. Tatsachenbehauptungen. Tatsachenbehauptungen kann man beweisen. Das heißt, diese kann man mit richtig oder falsch beantworten. Diese werden nur dann geschützt von Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz, wenn sie nicht bewusst oder erwiesen unwahr sind. Ein Beispiel hierfür. Wenn jemand behauptet, dass in Auschwitz keine Juden vergast wurden, dann fällt dies nicht in den Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz, da es erwiesen wurde, dass dort Menschen in Gaskammern getötet wurden. Das ist eine reine Tatsachenbehauptung, welche erwiesen unwahr ist, die hier gestellt wurde und die sogenannte Ausschwitzlüge. Dementsprechend wird das hier nicht geschützt, diese Aussage vom sachlichen Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Ganz, ganz klar. Ein Beispiel, was geschützt wird, ist aber die Äußerung, dass die Abgeordneten des Bundestages absolut unfähig sind und im Durchschnitt ein IQ von 60 haben. Heißt also, wenn das jemand sagt, ist das zwar natürlich vermutlich unwahr, aber nicht bewiesen. Es kann nicht genau bewiesen werden, dass es wirklich so ist, da es einen solchen Test nicht gab. Dementsprechend wird diese Aussage geschützt von Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Das heißt, nur wenn es bewiesen unwahr ist, dann ist es eine reine Tatsachenbehauptung ohne Werturteil und fällt nicht in den Schutzbereich des Artikel 5 Grundgesetz. Da, ich meine, man muss natürlich sagen, dass Tatsachen und Meinungen auch sehr schnell ineinander verschmilzen. Deswegen wirklich diese strikte Auslegung, dass nur dann Tatsachenbehauptungen rausfallen, wenn diese natürlich bewusst unwahr getätigt werden. Veränderst zu beachten, dass sogenannte Schmähkritik, und jetzt bitte aufpassen, die Schmähkritik ist ein wichtiger Unterfall. Die Schmähkritik fällt nicht unter den sachlichen Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Das heißt, was ist jetzt hier die Schmähkritik? Was kann man unter Schmähkritik verstehen? Eine Schmähkritik liegt vorn, wenn die Kritik ausfallend und überzogen ist und zudem die betroffene Person diffamiert. Zum Beispiel die Beleidigung eines Politikers als schwule Sau, das wäre natürlich weitestgehend überzogen. Das ist eine überzogene Kritik und diffamiert hier vor allem auch den Charakter dieses Politikers. Dementsprechend wäre das hier eine Schmähkritik, die nicht in den sachlichen Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz fallen würde. Zu beachten ist ferner, dass auch die negative Meinungsfreiheit geschützt wird. Das heißt also, wenn jemand keine Meinung hat, das wird selbstredend auch geschützt vom Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Dann kommen wir kurz zur Informationsfreiheit. Was ist die Informationsfreiheit? Das ist das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen zu unterrichten. Und wann ist eine Quelle zugänglich? Eine Quelle ist dann zugänglich, wenn sie geeignet ist, einem bestimmten Personenkreis gesuchte Informationen zu verschaffen. Zugänglich sind also Zeitungen, Bücher, Internet etc. Nicht zugänglich aufgepasst sind zum Beispiel der Polizeifunk oder administrative Internetseiten. Die sind natürlich nicht zugänglich. Dementsprechend fallen sie nicht in den Schutz der Informationsfreiheit. Die Pressefreiheit, die besagt, geschützt werden hier die Informationsbeschaffung, Verbreitung von Nachrichten und Meinungen und auch die Rundfunkwerbung. Ja, also die Meinungsfreiheit ist natürlich am allerwichtigsten von diesen drei Grundrechten. Informations- und Pressefreiheit sind, ja, für die Klausur eher unrelevant, sollte man allerdings schon kennen. Das auf jeden Fall. Nächste Frage. Wann liegt ein Eingriff vor? In Artikel 5 Absatz 1 Absatz 2 Grundgesetz. Ein Eingriff in Artikel 5 Grundgesetz ist gegeben. Wenn ein dort geschütztes Verhalten erschwert oder auch möglich gemacht wird, das kennen wir bereits. Was sind Beispiele? Verhindern Bestrafung einer Meinungsäußerung, Zensierung von Beiträgen einer Redaktion Rundfunkanstalt oder die Warnung von einer Zeitung eines Radiosenders. Hier natürlich ein mittelbarer Eingriff, sprich ein moderner Eingriff. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Am relevantesten ist tatsächlich natürlich die Verhinderung oder die Bestrafung einer Meinungsäußerung. Dann kommen wir zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung und hierbei erstmal zu der Schranke zum Gesetzesvorbehalt. Das heißt, was für ein Gesetzesvorbehalt liegt hier vor? Wir lesen vor, der Gesetzesvorbehalt befindet sich in Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schütze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Was liegt hier vor? Einfacher Gesetzesvorbehalt, qualifizierter Gesetzesvorbehalt oder verfassungsimmanente Schranke? Ja, natürlich qualifizierter Gesetzesvorbehalt. Das heißt, eine sogenannte Schranken-Trias in diesem Falle. Und wir müssen natürlich erstmal definieren, was sind hier die Schranken-Trias. Das heißt, was ist hier der Gesetzesvorbehalt? Das sind zum einen die allgemeinen Gesetze. Das sind die Gesetze zum Schütze der Jugend und das Recht der persönlichen Ehre. Die müssen wir erstmal definieren. Frage ist, was ist ein allgemeines Gesetz? Ein Gesetz ist dann allgemein, wenn es nicht zu dem Zweck erlassen wurde, eine bestimmte Meinung zu unterdrücken oder eine andere Meinung in den Vordergrund zu rücken. Ein allgemeines Gesetz muss nildig dem Schutz eines zu schützenden Rechtsguts dienen. Ein Beispiel hierzu. Die Beamtengesetze verlangen von den Beamten, dass diese bei politischen Betätigungen eine gewisse Sorgfalt an den Tag legen und eher zurückhaltend agieren. Dies wäre eine Einschränkung von Artikel 5 Satz 1 Grundgesetz. Diese Regelung richtet sich aber nicht direkt gegen eine bestimmte Meinung oder gegen ein bestimmtes Grundrecht, sondern allgemein an die Unparteidigkeit der Beamten bzw. der Amtsführung. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt hier anhand dieses Beispiels etwas klarer geworden, was dann als allgemeines Gesetz zu sehen ist. Ich lese nochmal vor. Allgemeine Gesetze. Was ist ein allgemeines Gesetz? Ein Gesetz ist dann allgemein, wenn es nicht zu dem Zweck erlassen wurde, eine bestimmte Meinung zu unterdrücken oder eine andere Meinung in den Vordergrund zu rücken. Ein allgemeines Gesetz muss lediglich dem Schutz eines zu schützenden Rechtsguts dienen. Also nicht umfasst werden jetzt irgendwelche Bestimmungen oder Gesetze, welche eben eine andere Meinung in den Vordergrund rücken. Das sind dann eben keine allgemeinen Gesetze. Ja, das kann man in den meisten Fällen bejahen. Dann kommen wir zum Jugendschutztest. Was ist jetzt konkret der Jugendschutz? Was ist damit gemeint? Das sind die Gesetze zum Jugendschutzgesetz. Das ist damit gemeint. Und beim Ehrenschutz sind vor allem die Paragraphen 185 von folgender StGB gemeint. Das heißt also die Beleidigungstatbestände des Strafgesetzbuches. Kommen wir zu den Schranken-Schranken. Schranken-Schranken, ja, kennen wir bereits das übliche Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Wesengehaltsgarantie und so weiter und so fort. Da brauche ich nicht wieder alles aufzuzählen. Aber eine Besonderheit. Bitte bei der Verhältnismäßigkeit die sogenannte Wechselwirkungslehre ansprechen. Was ist die Wechselwirkungslehre? Die Wechselwirkungslehre besagt, dass Gesetze, die Grundrechte beschränken, ihrerseits dann nicht zu der Bedeutung dieses Grundrechts gesehen und interpretiert werden müssen. Das bitte bei der Angemessenheit erwähnen. Ja, im Grunde ist es eben diese Abwägung zwischen dem eingegriffenen Gesetz und dem eingreifenden Gesetz, ja, das heißt diese Abwägung der beiden Parteien, welches Grundrecht ist schützenswürdiger bei der Angemessenheit. Und hier bitte ganz kurz die Wechselwirkungslehre ansprechen. Das wird euch Zusatzpunkte geben. Ja, was ist hiermit gemeint konkret? Ja, damit ist gemeint, dass die Grundrechte nicht durch die einschränkenden Gesetze vollkommen ausgehöhlt werden dürfen. Das ist auch im Grunde so ein bisschen die Wesengehaltsgarantie, aber hier nochmal in der Wechselwirkungslehre nochmal konkret bestimmt. Ein Beispiel zur Meinungsfreiheit. Panker P. ist mal wieder wütend auf die Polizei, da diese ihn in der letzten Nacht volltrunken berechtigterweise in eine Ausnüchterungszelle gesteckt hatte und beschließt es, dieser Heim zu zahlen. Er macht sich ein Schild fertig, auf welchem mit großen Buchstaben ACAB, All Cops Are Brested Bastards, steht. Dieses Schild klickt er sich auf seinen Torso und stellt sich anschließend vor eine Polizeiwache. Dort pöbelt er dann zahlreiche Polizisten an und schreit lauteils, alle Polizisten sind Hure, Söhne. Es geht ihm hierbei nur darum, den Ruf der Polizei zu schädigen und diesen herunterzuziehen. Nach ca. 15 Minuten wird er des Platzes verwiesen und bekommt eine Strafanzeige wegen Beleidigung nach § 185 StGB aufgebrummt. Der P. ist empört aber dieses Verhalten der Polizei und der Behörden und beruft sich auf eine etwaige Beeinträchtigung seines Grundrechts auf Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Zu Recht. Was machen wir als allererstes? Das kennen wir bereits. Natürlich ein Obersatz bilden und der Obersatz lautet wie jedes Mal eine Beeinträchtigung des Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz kann bejaht werden, wenn ein Eingriff in den Schutzbereich des Grundrechts gegeben ist, welcher verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt ist. Dann fangen wir an mit dem Schutzbereich, mit dem persönlichen Schutzbereich und hier können wir in einem Satz ganz kurz feststellen, natürlich ist der Geht Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz für jedermann, also auch für den P. als natürliche Person. dementsprechend ist der persönliche Schutzbereich, wer ist geschützt, eröffnet. Dann stellen wir uns die Frage, was wird geschützt? Welches Verhalten wird geschützt? Und hier definieren wir nochmal ganz kurz die Meinungsfreiheit, das haben wir bereits getan vorhin, Werturteile, welche durch ihre Subjektivität keinem Beweis zugänglich sind und Tatsachenbehauptungen, richtig oder falsch, man kann diese beweisen, werden nur dann geschützt, wenn sie nicht bewusst oder erwiesen unwahr sind. Hier haben wir ja unser Beispiel bereits vorher gehabt, die Ausschwitzlüge, welche natürlich nicht geschützt wird, weil sie bewusst unwahr ist oder erwiesen unwahr ist, besser gesagt. Und hier müssen wir festhalten, dass sowohl der Schriftzug ACAB, All Cops are Bastards, als auch die Worte, alle Polizisten sind Hure, Söhne, Werturteile darstellen, welche grundsätzlich kein Beweis zugänglich sind und selbstredend keine Tatsachen. Also das sind im Grunde Werturteile, welche die subjektive Meinung des Pankers P hier darstellen, dementsprechend keine Tatsachen und grundsätzlich wäre er so der sachliche Schutzbereich eröffnet. Aber es könnte sich im vorliegenden Falle um eine Schmähkritik handeln, welcher natürlich nicht vom sachlichen Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetzes umfasst wird. Wann liegt doch mal eine Schmähkritik vor? Eine Schmähkritik liegt vor, wenn die Kritik ausfallend und überzogen ist und zudem die betroffene Person oder Personen diffamiert. Wie sieht das im vorliegenden Fall aus? Im vorliegenden Fall sind die benutzten Phrasen sehr ausfallend und auch überzogen und richten sich zudem ausschließlich gegen die Staatsgewalt. Die Polizei wird hier öffentlich aufs Übelste angegriffen und bloßgestellt. Es geht dem P hier auch nur darum, laut Sachverhalt, den Ruf der Polizei zu diffamieren und nicht darum, eine sachlich wertvolle Meinung zu präsentieren. Es handelt sich hier freilich um Schmähkritik gegenüber der Polizei. Und hier muss ich ganz klar sagen, hier sind natürlich auch andere Meinungen vertretbar. Ich finde, dass man dem Sachverhalt hier nur entnehmen kann, dass es eine Schmähkritik ist, aber andere Ergebnisse sind hier auch vertretbar. Ich bin jetzt hier rausgegangen aus der Prüfung, um euch auch mal zu zeigen, wie das aussieht, wenn man vorher rausfliegt und nicht bis zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung kommt. Hier fliegen wir raus. Der sachliche Schutzbereich ist nicht eröffnet aufgrund der Schmähkritik. Somit liegt ein Verstoß gegen Artikel 5 Satz 1 Grundgesetz hier natürlich nicht vor. Grundsätzlich bei Beleidigungen, die solchen schweren Grades sind wie die hier, die gehen allein schon nicht mehr durch den sachlichen Schutzbereich durch, vor allem dann nicht, wenn es der Person, welche hier die Beleidigung anwendet, natürlich nur darum geht, den Ruf einer anderen Person zu schädigen und nicht darum, ihre Meinung zu präsentieren. So, das war es soweit. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, aber euch auch gezeigt, wie man hier die Meinungsfreiheit prüft. Ich denke mal, dass es ein relativ simples Grundrecht ist. Manche haben mit dem qualifizierten Gesetzverarbeit ein paar Probleme. Den werden wir noch mal besprechen in einem weiteren Fall, der dem jetzt kommen wird. Bis dahin bitte geduldig bleiben und ich sage dann Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Und im nächsten Video machen wir dann weiter mit der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit. Bis dahin. Ciao. Euer Paragraf 31. fit. Boah, gone through. Pool. foot.